Ich bedanke den Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, dass sie der neuen Partnerschaft zwischen dem Alters- und Pflegeheim Kühle Wiel und Siloa zugestimmt haben. Ich bin davon überzeugt, dass damit die Weichen für die Zukunft wichtig gestellt sind. Und trotzdem ist es ein wehmütiger Moment. Nach 130 Jahren trennt sich die Stadt Bern von ihrem letzten Alters- und Pflegeheim. Ich wünsche allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen und Bewohnern von Kühle Wiel und Siloa von Herzen alles Gute für die neue gemeinsame Zukunft.